Hallo Leute, heute mache ich mal wieder ein Selbstexperiment. Ich will testen, wie stabil dieser Stuhl ist. Darum werde ich mich gleich selbst aus dem Stuhl kippen. Ich erhoffe mir zwei Sachen. Erstens, dass der Stuhl geheile bleibt. Und zweitens, dass ich unverletzt davon komme. Wünscht mir Glück. Alles gut, alles gut.